Willkommen auf unserer Kochshow. Wie wählen die Amelie? Sie benichten drei Eier, eine Pfaffne, eine Schüssel, Milchbutter und Schlager. So zerbrachen Sie die Eier. S一個 an mir! Was hast du denn? Du gehst doch! Du gehst sofort! Dann schlagen Sie die Eier bis die gewünscht sind. Siegen Sie anderen zu halten in eine Schüssel. Siegen Siegen Siegen. Schlaue die Paprika. Braune die Paprika. Strahle und sowas. Strahle und Pfeffer. So let's eat an omelette. Let's eat an omelette. The omelette mit sauer zahne. Guten Appetit!